So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Oddworlds New & Tasty mit dem lieben Abe, der hier wartet und schon drauf gepicht ist, seine neuen Freunde da zu retten, die in Zulag 2 gefangen sind und von der Slick-Herrschaft bedroht sind. Und die werden wir jetzt natürlich gleich besuchen gehen, indem wir hier in das letzte Tor gehen. Ich hoffe, dass wir dort 15 Modocons finden und dann auch alle wirklich befreit haben. 67 Mitarbeiter sind nämlich hier noch in der Rapture-Farm. So, hier haben wir schon mal zwei Stück. So, ich schleiche mal ein, zwei Schritte schon mal und schaue hier nochmal rein. So, Zulag 2. So, hier haben wir, achso, das sind anscheinend diese Köpfe, diese Modocon-Köpfe, zeigen halt Gruppierungen von Modocons und Arbeitern. Joa. Drei, drei, drei und drei. Das ist nicht zu wenig rein typisch. Hier sind nur zwei. Lol, die machen die Graffiti da sauber. Müsst ihr nicht, Leute. Ihr habt da oben noch, ihr seid doch da geschützt ohne Ende. Nur mal so. So, hier haben wir drei, fünf, sechs, sieben. Ja, ja, ist ja gut. Das war mir klar, dass das passiert, aber ich wollte eigentlich nur mal schauen, was hier los ist. Ich renne hier durch. Und hier drauf. Jetzt muss der nur nochmal vorbeikommen. Das wäre natürlich schick, ne? Ah, da ist er ja schon. Ja gut, wenn er nicht weiterläuft, dann kann ich hier auch weiter schleichen. Ich brauche ihn auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Und hier werde ich einen Aufzug bekommen, oder was? Oh, ja, 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 ja. Komm runter. Ja, komm jetzt runter, Mensch. So. Meine Güte, jetzt war das denn jetzt so schwer. Das hätte aber auch ins Auge gehen können, muss ich ehrlich mal sagen, ne? Also, ich werde mich jetzt erstmal um den Kollegen hier hinten kümmern. Ich wusste gar nicht, dass sie rennen können. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte, vier, fünf. Sechs, sieben. Acht, neun. Neun Stück haben wir. Und wir können nochmal nach oben fahren. Ja, das könnte klappen. Neun Stück, dann brauche ich nur noch fünf, nee, sechs da oben. Ja. Gut. Dann werden wir mal... Alter. Das war ja nochmal ganz schön knapp, ne? Also, da habe ich ganz, ganz schnell reagiert, gesagt, hey, Freunde, was geht? Ab. Oder? Und dann habe ich gesagt, Kopf runter, zack, abknallen. Was steht denn da? Slick? Sucks, oder was? Slick, Schett. Ich würde gerne dieses Graffiti hier mal ein bisschen mitlesen können. Ja, gut. Da haben wir das ja nochmal perfekt gelöst. Kein Vodokon ist zu Schaden gekommen. Dann können wir uns jetzt mal glücklich hier in die Luft sprengen. Knall. Bumm. Ja. Ey, das hast du sehr gut gemacht. So, hier auch nochmal alle begrüßen. So, wir speichern kurz. Hier passiert auch nichts. So, und dann gehen wir jetzt allesamt hier zurück ins Glück, ne? Äh, äh, aktivieren und, ja. Yeah. Ultra Ape. Coolo. So, ähm, ja. Mal kurz einen Speicherpunkt zwischen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt so viel besser geworden bin oder es einfach auch daran liegt, dass ich einfach besser im Spiel gefunden habe. Ja, die Spielmechanik und so eine Scheiße, ne? Ähm, aber ich glaube, es liegt auch teilweise daran, dass man mit dem Schnellspeichern jetzt auch einfach deutlich sicherer und einfacher agieren kann. Ne, einfach, äh, viel schneller und viel öfters auch mal ein paar Fehler machen darf. Loll, ey, die ist so overpowered, die, äh, Fähigkeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind auch wunderbar sechs Leute. Hier, den kann ich auch nochmal nutzen. Ich habe auch nochmal ein paar Fähigkeiten. Nein, Leute! Uh-oh. Äh, ich glaube, es sind welche draufgegangen. Äh. Vier Opfer. Nö, nö. Das kann ich nicht auf... Das kann ich mir nicht auf die Seele schreiben. Nein, nein. So, alles klar. Dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen die nochmal alle in die Luft jagen hier. Und dann... Müssen wir hier auch nochmal sagen... Bringt die mal alle um. So, einmal haben wir noch. So, kommen mal alle bitte... Dorthin, ja? Und jetzt lasst mich mal gucken... Ob ich... Noch eine Bombe habe. Ich müsste eigentlich noch welche haben. Schauen wir mal. Moment, lasst mich mal kurz gucken. Hallo. Leute, ich habe gar nicht gehört, wie die reagieren. So. Jetzt können wir rein, liebe Leute. Jetzt verschwende ich hier zwar auch meine... Ähm... Kann ich das nochmal aktivieren? Achso, ist einfach jetzt nochmal aktiviert. Jetzt verschwende ich zwar meine Special Ability, aber was soll's. So, dann speichern wir hier auch nochmal. Dann aktivieren wir das letzte Schloss. Und dann können wir los. Und dann haben wir's schon. Das ist ja, äh... Interessant. Warte mal, hört euch das mal ganz kurz an. Bin mir nicht sicher, ob man das hören kann. So. Das ist nämlich ein Energy. Der ist ganz, ganz neu. Der riecht ungefähr so wie, äh... Das übelste Kaugummi. Also eigentlich überhaupt nicht meins. Aber es steht schon seit Wochen. Nein, es ist übertrieben. Aber es steht seit Tagen bei mir im Kühlschrank. Und ich denke mal, ich werde es jetzt mal... Endlich wagen, es zu probieren. Das Summe ist... Ich glaube, ich mag ihn nicht so rechts. So. Kurz speichern. Moment. Nochmal speichern. So. Oh mein Gott. Ist der pervers. Der riecht nicht nur nach Kaugummi. Der schmeckt auch einfach nach Kaugummi. Also... Nach so billig Kaugummi aus dem Automaten. Also das Zeug kannst du echt komplett vergessen. Das bockt sich halt auch einfach null. So. Aufdachzulack... Drei. Ja, ja. Ich muss sagen, Zulack 1 jetzt doch mal die neue... Beziehungsweise die alte Version... Ne, was ist das? Die neue Version wäre es wahrscheinlich schon gewesen. Also die Zulack-Version, in der wir jetzt zurückgekehrt sind. Die war recht easy, weil wir die ganzen Geheimgänge eigentlich schon kannten. Und Zulack 2 war auch echt easy. Vor allem, weil da alle angezeigt worden sind. Und vor allem ist auch keiner wirklichen Geheimgänge gehabt, ne? Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier in Zulack 3 erwarten wird. Das war ja gerade mal... Noch nicht mal zwei Parts, ne? Also wir sind ja jetzt doch gerade... Wir befinden uns ja gerade erst... Ähm... In Richtung... Äh... Was wollte ich sagen? Achso. Richtung Part 3. Part 2 ist ja erst so in 5, 6 Minuten vorbei. Und da können wir nochmal gucken, was wir alles so erreicht werden. Da haben wir schon das erste... Erlebt dich dann. Jetzt können wir erstmal hier reinschauen, ne? Hier können wir soweit nichts machen. Wir haben mega viele Leute, die pennen. Der Hund ist aufgewacht. Warum, weiß ich auch nicht. So. Zulack 3. Hier werden uns auch folgende Sachen angezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 Gruppierungen von Mudokons, die wir retten müssen. Wieder drei Schlösser, die wir kaputt machen müssen. Und dann sind wir hier auch wieder durch. Okay. Und ich sehe soweit, glaube ich, keine großartigen Geheimgänge. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die jemals mal markiert waren oder nicht. So. Ähm... Ähm... Warum zum Teufel ist der aufgewacht? Das frage ich mich gerade. Das kann ich nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und da weiter können wir auch nicht arbeiten. Ja, komm. Ähm... Beiß uns mal tot. Wir werden ja hier nochmal komplett neu starten dann. Und dann lass mich mal schauen, ob ich hier vielleicht irgendwas reißen kann. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht anlocken kann. Ja, so wie er es gemacht hat. Sich vielleicht ein bisschen anschießen lassen. Und das Teil dann abknallen. So. Äh... Was ich jetzt mit dem machen muss? Keine Ahnung. Jetzt ist der Hund zumindest schon mal weg. Ja, was ich machen könnte, ist natürlich... Kann ich hier nichts machen? Du hörst mich nicht. Ja, komm. Dann bringen wir den halt einfach um. Hilft ja auch alles nichts. Was wir machen werden, ist aber hier folgendes. Äh... Wir werden uns einfach mal leise und sicher an den Kandidaten hier ran robben. Dann kurz auf den Schalter drücken. Und dann so schnell wie möglich versuchen zu verschwinden. Denn dann, äh... Deaktivieren wir auch... Den Strom. Weil da jetzt ein Stromsymbol dran ist. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht abgeschossen werden. Schaden kennen wir auf keinsten. Diese zauberischen, zauberhaften Gesänge... Schmecken die gar nicht. Leider Gottes. Ja, hier wurden wir eiskalt getötet. War mir fast schon klar. Hm. Wartet mal. Bevor ich das jetzt hier mache... Es gibt eine Möglichkeit... Es gibt eine Möglichkeit, wenn man rennt, sofort... Irgendwie sofort ins... Meine Güte, sofort ins Rollen zu kommen. Wie macht man das denn wohl? Nein, nein, das wollte ich nicht. Ach so. Alles klar. Das ist nämlich so eine Sache. Die habe ich immer schon gesucht. Und da bin ich schon ein, zweimal dran verreckt. Weil dann kann ich das nämlich schnell aktivieren. Und dann renne ich. Was das Zeug hält, weg. Das Problem ist, ich habe nicht so viel live. Das ist das Problem. Hi. Löschst du mich in Ruhe? So. Okay. Äh. Lol. Äh. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich werde ja sofort abgeknallt. Das ist das Problem. Warte mal. Äh. Hier. Der bringt ja nichts. Den kann ich nur ganz kurz locken. Alter. Ich hätte es auch fast geschafft, ohne live abzubekommen. Was soll das? Weil ich, ich möchte es nämlich eigentlich versuchen, dass ich das schaffe, ohne großartig live abzubekommen. Ich kann gleich mal kurz gucken, wie viel Energie ich habe. Und dann mal schauen, ob das halt besser klappt. So. Ich überspeichere nochmal. Ja, wir können ja hier leider nicht durch. Das ist das Problem. Ne, es hilft, äh, leider alles nichts. Nö. Ne, ich kann den leider nur in die Luft sprengen und das war es dann schon. Ja, äh. Das können wir auch nicht. Da wird er nur verrückt bei. Das bringt alles nichts. Also mit dem kommunizieren kann ich auf keinen Fall. Ja, äh. Weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt hier einiges an Tauben, an Leben. Mal schauen, ob das ausreicht. Das sehen wir aber leider erst im nächsten Part. Nämlich in Part 38, meine ich. Wäre das dann. Ähm. Ja. Wir sehen uns dann nachher wieder. Ja, also entweder morgen oder gleich. Je nachdem, wie viel ihr Folgen noch vorbereitet habt. Bis dann. Tschüss.